Sunthei sei ganz herzlich begrüßt hier zum aktuellen Wochenengel Lichtorakel vom 29. heute bis zum 5. Februar. Wir gehen dann schon in die erste Februarwoche und am 2. Februar feiern wir ja schon im Bolg das keltische Fest von Bridget. Das heißt, die Sonne kehrt langsam zurück. Es war so dieses Lichterfest bei den Kelten. Es war die Nacht von Bridget vom 1. auf den 2. Februar und es ist so die Mitte eben jetzt zwischen der Wintersonnwende und der Frühjahrstag- und Nachtgleiche. Und ja, es heißt, es geht dann aufwärts. Das Licht kehrt langsam immer stärker zurück. Glück. Es sind schon die ersten Frühlingsboten sozusagen und auch diese Göttin verkörpert ja die Fruchtbarkeit, auch Schutz und Segen des Hauses, des Zuhauses, das Herdfeuer, aber auch eben die Familie, Glück, Fruchtbarkeit. Und es ist wunderbar. Und am 5. also nächsten Sonntag haben wir dann auch den Vollmond. Genau, den Vollmond im Löwe müsste der dann sein, weil wir haben ja Wassermann-Sonne. Das heißt, wir haben eine sehr starke, energiereiche Woche und denke mal daran, natürlich jetzt so kurz vor dem Vollmond ist es immer wunderbar, alles was eben sich jetzt vermehren möchte. Ja, also bis zum Vollmond kann man wunderbar expandieren, ja, also genau, etwas erweitern, vergrößern, gute Geschäfte machen, gute Abschlüsse tätigen, ja, das ist alles wunderbar bis zum Vollmond. Und natürlich dann am Vollmond selbst oder die drei Tage, sage ich immer so, um den Vollmond, also davor, der Vollmondtag selbst und dann noch danach, ist natürlich auch wunderbar zum Blockadenlösen. Und das machen wir natürlich hier wieder mit dem El Hama, meinem wunderbaren, programmierten Lichtkristallstab, dem aktorianischen, der auch in sehr aufwendiger Form und Energetisierung programmiert wird. Den kannst du bei mir erwerben, wie natürlich sowieso alle Produkte. Da wir eben in den Vollmond gehen, kommen die Runen dazu, die sind da hinten in diesem wunderbaren magischen Säckchen mit dem, ja, Pferd mit dem Weißen und dem Hasen hier. Nein, ich muss es hier, so, jetzt sieht man es in der Kamera. Genau, und also du bekommst noch aus dem Runensäckchen jeweils zu deiner hier Engelbotschaft, Lichtbotschaft dieser Woche noch Runen gezogen. Und wir machen natürlich wieder, aktivieren dich mit dem Energiestab und guck gerne rein. Ich habe, ja, es kommen jetzt dann ganz wunderbare neue Produkte, auch mal was ganz anderes. Neben den Monoatomen Andaras habe ich ganz wundervolle neue Energietools und ganz bezaubernde Accessoires. Und natürlich den Orgonstrahler der neuen Generation von Vitalation. Das ist ganz speziell, mit dem arbeite ich sehr intensiv. Das sind die neuen Orgonstrahler, die eben noch stärker, intensiver arbeiten. Da kann man ganz viel mitmachen, energetisch natürlich, unterstützend. Da schau auch gerne rein. Wenn du da mehr Informationen willst, schreib mich gerne an. Es gibt auch natürlich dann bei Kauf eine persönliche Zoom-Call, wo ich alles nochmal erläutere und Anwendungen. Und es gibt da von mir auch noch Energy Flutes. Das sind dann die programmierten Ampullen dazu, die energetischen. Und ja, da kann man ganz super mitarbeiten. Nicht nur zur Raumreinigung, Schutz. Man kann auch am Körper arbeiten, im Energiefeld. Also da nur mit dem Orgonpfeil oder als Station, wo man einschwingen kann, ausleiten kann. Es ist ein richtiges energetisches Bioresonanzverfahren. Und eben natürlich für Menschen, Tiere, für alle persönlich, wie über die Ferne zu arbeiten. Ganz, ganz super. Also gerne, schau auch da mal rein oder eben schreib mich an. Ich berate dich da gerne. Und was auch dann Dara neu ist. Ja, genau. Und wir starten hier mit unserer Botschaft hier in dieser lichtvollen Woche. Du kannst heute mal wählen, wieder aus einem dieser wundervollen Andara-Lichtelfen-Anhänger. Und das sind die, man sieht es hier so, jetzt scheint hier die Sonne drauf. Diesen Aura-Schimmer haben Sie alle diesen Angel-Aura-Schimmer innen drin. Das goldene Licht. Und wir haben hier den Doppeländer. Da kann man ja wieder wunderbar Energien ab- und zuleiten. Also das sind Mono-Atom-Andaras, aber geschliffen und eben in Schmuckform gebracht. Die langen Anhänger, auch die Kugel natürlich, die Drachenkugel, kann man auch wunderbar als Pendel benutzen. Ja, also man hat Schmuck und Pendel dazu im Prinzip in einem. Hier haben wir den Drachen-Anhänger, den Lichtelfen-Drachen-Anhänger. Hier erhält diese Zauberkugel, die Andara-Kugel umschlungen. Hier die Wirt-Drache oder Drachin. Und hier haben wir den großen Lichtelfen-Pendel-Anhänger. Ganz wunderbar. Und wie gesagt, Sie haben alle diesen Aura-Schimmer innen, den goldenen. Das ist so dieses Lichtblaue und jeder ist natürlich, es sind ja mehrere verfügbar, aber trotzdem ist jeder einzigartig, individuell gearbeitet. Und deswegen kann er natürlich auch ein bisschen, der eine ist vielleicht ein Stück breiter, der andere ein paar Millimeter länger. Sie können Bläsle innen haben oder andere. Ja, es ist halt auch ein Kristall, auch wenn er ein ganz spezieller Kristall ist. Ja, so, dann kannst du schon mal wählen. Die Karten sind wieder unter dem Video verlinkt, genauso wie auch meine Shop-Seite und natürlich auch Beratungen, Energiearbeiten. Gerne bin ich jederzeit für dich da. Kannst du mich buchen oder anschreiben. Und ja, wenn du gewählt hast, dann starten wir mit dem ersten Stapel, mit der ersten Botschaft hier. Und die anderen dürfen jetzt erst mal so ein bisschen in den Hintergrund rutschen, dass wir hier genügend Platz haben. Und ich sage natürlich dann auch noch mal was noch Näheres zu den Pendel-Anhängern. Und hier, du hast dich ja jetzt hier für den Doppeländer entschieden, sozusagen. Das heißt, er hat oben und unten eine Spitze. Ja, die sind auch, also haben Facetten, Facettenseiten und silberfarbener Aufhänger. Und ja, das heißt natürlich, die Energien, das ist wunderbar zum Ausgleichen. Also hier geht es bitte jetzt um Ausgleich, ja. Und diese Andara-Anhänger sind eben auch mit den Lichtelfen verbunden, mit diesen höchsten Lichtwesen, die ja jetzt auch wieder vermehrt mit uns arbeiten, zu uns sprechen. Ja, sie sind wirklich der göttlichen Quelle am nächsten und haben eine ganz hohe Schwingung. Und eben hier geht es um Energieausgleich, Balance, genau, Ableiten, Zuführen. Also das passiert dann hier automatisch, weil wie gesagt, durch das, dass er ja ein Doppeländer ist, sozusagen. Dann schauen wir mal, was bei dir sich in dieser Woche besonders balancieren, ausgleichen will, möchte. Auch kalibrieren und eben eine schöne, gleichmäßige Energie halten, ja. Wir schauen mal rein. Wow, da geht es schon mal sehr lichtvoll zu. Wir haben hier aus diesem Psychik-Tarot die Nummer 19. Das ist der Stern, das Licht. Wow. Das ist ja schon mal die höchste Glückskarte, beste Karte, sag ich mal, ja, neben der Sonne. Sind die Sterne, das Licht, das heißt, du stehst in dieser Woche jetzt wirklich unter einem ganz besonderen Ereignis, einem Lichtstrahl. Das heißt, Glück, Erfüllung, ja, jetzt wirklich auch nach den Sternen greifen. Reduziere dich bitte nicht mehr. Und hier geht es ja auch, schau mal, hier, ne, diese Verbindung oben und unten, also dass das auch richtig durchfließen kann. Empfangen, all das weitergeben, ja, in der Waage, im Gleichgewicht dadurch sein. Das heißt, jetzt wirklich greif nach den Sternen. Lass dich nicht mehr runterziehen. Steh auf, lass dein Licht wieder leuchten. Verbinde dich auch bitte mit dem Sternenlicht, mit der Energie, die in dieser Woche sehr stark einströmt. Und eben durch, auch im Bolg, verbinde dich auch mit den Göttinnen, wenn du magst, mit dem Vollmond, ja. Also eine sehr, sehr starke Lichtwoche. Aha, und schau mal, aus dieser Situation brichst du nun endlich aus. Das heißt, Disruption, und sie ist verkehrt herum, das heißt, das ist ja die Blockade, wo vielleicht jetzt noch so ein bisschen ist. Man sieht es hier wunderbar, diese Karten sprechen ja wirklich für sich, wie dieser Mann hier wie so gefesselt ist, gefangen ist, so in diesen Mauern. Was aber meistens ein eigenes Konstrukt ist, ja, also dass man sich so wirklich so gehemmt fühlt, blockiert fühlt, wie einzementiert, ja. Ich kann mich ja gar nicht bewegen, ich kann ja gar nicht so, wie ich will, auch so ein bisschen das Mangeldenken. Es ist nicht wirklich wahr, weil es heißt ja hier Disruption. Das heißt ja, eben ausbrechen, aufbrechen, ja, sich wirklich zu befreien aus begrenzenden Vorstellungen, Glaubensmuster, ja, die für dich richtig real sind, ja. Aber denk dran, wir sind Schöpfer für uns selbst. Und guck mal, du hast die Lichtkarte ja da, was heißt so, jetzt komm endlich raus, ja. Das ist nur ein Trugbild, das ist nur dein Gefühl oder du meinst, dass du gefangen bist da in dir oder vielleicht auch durch bestimmte äußere Umstände. Nein, ja, öffne dich, öffne dich, schaue hier, das ist richtig toll, die Frau hier öffnet sich, schaut nach oben, hier kommt das goldene Licht rein, genau. Und dieser Mann guckt nur nach unten, also jetzt ist es an der Zeit, wirklich diese Mauern, diese Begrenzungen auch, die du dir selber da irgendwo auch auferlegt hast und natürlich wie innen so außen. Also auch da spiegelt sich das natürlich dann auch wieder im Außen, ja, dass wir dann auch natürlich, dass die Dinge nicht so vorangehen oder uns Steine in den Weg gelegt werden in diesem Sinne, ja. Weil das eigentlich nur ein Spiegelbild von dem inneren Zustand ist. Also und jetzt hast du die Chance, dich daraus zu befreien und wirklich das Licht kommt und das heißt auch eben, jetzt geht es voran. Glück, Erfolg, also das ist die Sternenkarte, ja, dein Stern leuchtet jetzt hier wieder für dich. Aber es ist eine bewusste Entscheidung auch, ja. Ganz, ganz klar, entscheide dich auch für das Licht. Und wir schauen mal noch hier, guck mal der Atosweg, wow. Es steht dir frei zu wählen. Was sage ich, hier haben wir alle Elemente, wir haben das große Labyrinth, wir haben die Engelsenergie, die Sterne, alle Schutztiere, Begleiter, die Drachen, die Meerjungfrauen, die Einhörner, ja, also Merlin. Wir haben hier alles, ja, weil du verbunden bist, alles ist mit allem verbunden, ja. Und du musst dich auch nicht jetzt, du musst auch nicht wählen, ich kann jetzt nur das sein oder das tun, ja. Sondern du bist alles, was du bist und du bist mit allem verbunden, ja. Letztendlich, eben, können wir mit der Engelenergie arbeiten, genauso wie mit der Drachenenergie, ja. Wir müssen nicht sagen, das eine oder das andere ist jetzt besser oder das andere kann ich nicht, ja. Und so ist es auch in allen Bereichen. Letztendlich hast du eine unglaubliche Kraft in dir. Und du musst es wieder entdecken, dass du aus dieser Isolation, aus diesem Eingepferchtsein, ja, eingeschnürtsein, dich da auch alleine zu fühlen, herauskommst. Also ein bewusstes Aufblicken nach oben und sagen, ich bin Licht von Licht, ja. Und es steht mir frei, alles zu wählen, was ich möchte, ja. Und was ich mir wünsche, ja. Und das ist ja die Freiheit, die wir eigentlich haben. Denn unsere Gedanken sind immer frei. Immer, immer, immer. Und wir kreieren alles aus den Gedanken. Unsere Gedanken programmieren oder lassen im Prinzip wieder unsere Gefühle entstehen. Wenn wir klare Gedanken, positive Ausrichtung haben. Wenn wir erkennen, dass wir immer eine Wahl haben. Immer, immer, immer. Große wie kleine. Dann sind wir frei und dann programmieren wir uns um. Auch unsere Gefühle und das wiederum verändert unsere Tat, unsere Handlung, unsere Tatkraft, unsere Aura, unsere Handlungsfähigkeit. Ja, uns alles, alles. Es hat dann Auswirkungen auf alles. Dass ich ziehe andere Menschen, andere Dinge an, andere Lösungen, ja. Also ganz, ganz wichtig, ja. Wow. Du hast es in der Hand. Also eine ganz starke Lichtkraft hier. Du kommst da raus. Und jetzt, bevor wir das noch aktivieren, schaue ich natürlich noch gerne. Schnappe ich mir mal das Beutelchen. Ich liebe das auch. Das ist so ein schönes Samtbeutelchen. Da habe ich lange gesucht. Hier wachsen nochmal die Sterne, Mond, aus der Pferdemähne wachsen hier die Äste heraus. Ja, da haben wir den Hasen. Das sind ja alles Glückssymbole auch. Und Lichtsymbole von Avalon natürlich auch. Hier die weißen Tulpen. Und da habe ich lange geguckt, bis ich die gefunden habe. Schauen wir. Die zwei Wollern her. Und wow. Beide umgekehrt. Aber ich sehe es schon blitzen. Hier haben wir die Berkana-Rune und die Leer-Rune. Wow. Also die Berkana-Rune ist genau jetzt die Rune von Bridget. Also genau Berkana-Wachstum. Aber auch eben die Göttin Bridget oder Birgit im Deutschen sozusagen ausgedrückt. Bridget. Genau. Also Wachstum. Neues darf jetzt entstehen. Und guck mal. Du hast die leere Rune. Was ja der Joker ist. Das heißt, alles steht dir jetzt offen. Und das passt perfekt zu diesem Buch. Zu dieser Botschaft. Du hast es jetzt in der Hand. Du hast dein Schicksal, dein Glück. Wie aber auch eben das andere in der Hand. Was willst du? Was möchtest du? Du hast jetzt alle Chancen, auch durch diesen Vollmond jetzt wirklich in einen neuen Zyklus, in eine neue Fruchtbarkeit, in ein neues Wachstum zu kommen. Berkana ist immer auch eben die Rune, wo uns anzeigt, ja, etwas Neues darf jetzt auch entstehen. Neue Projekte, neue Ideen. Kann ich jetzt entfalten oder, ja, eine Idee auf den Weg bringen, langsam in die Umsetzung. Also da ist alles, es ist der fruchtbare Boden. Und die Leer Rune sagt ja, jetzt ist alles möglich. Also jetzt ist ein neues Kapitel, was ich da auch, oder du kannst jetzt die Seiten neu schreiben. Ja, du kannst wirklich jetzt nochmal dein Schicksal oder deine Situation wandeln. Ja, das ist super. Das ist ganz, ganz super. Und das aktivieren wir jetzt auch mit dem Anhänger, dem Lichtelfenanhänger. Ich wähle frei, das Licht, die Freiheit, der Neubeginn. Ich öffne mich jetzt für das Licht, für mein Licht und für das göttliche Licht. Und alle Blockaden, alle Hindernisse, alle Einengungen, beengte, begrenzte Glaubensmuster, die da noch sind, die mich gefangen halten, vermeintlich gefangen halten, löse ich jetzt auf. Ich bin jetzt bereit, alles im Licht zu wandeln. Es steht mir frei zu wählen, was und wer ich bin und was und wer ich sein mag. Jeden Moment neu. Ich atme das Licht von Berkana ein. Ich atme das Licht der göttlichen Quelle, meinem höheren Selbst, der Sternenenergie, der Engel ein. Und lasse es durch mein ganzes System fluten. Und alles Dunkle, Gebundene, Beengende, Unsicherheiten, Zweifel, Ängste lasse ich jetzt frei. Und es ist wie, wenn du jetzt hier diese Hände auseinander machst. Mach das auch mal ganz bewusst. Stell dich hin oder setz dich hin und halte mal so die Arme überkreuzt über die Brust. So wie, wenn du da so gebunden wirst und dann ich wähle frei. Mir steht es frei zu wählen, was und wer ich bin. Und dann machst du wirklich so die Hände auseinander oder so. Dass du das wirklich auch in einer Bewegung machst und die Arme auseinander und nach oben und an die Seite. Und wirklich sagen, ja, ich bin die Schöpferkraft in meinem Leben. Ich bin das Licht. Und ich stehe in diesem Licht. Ich liebe das Licht. Ich bin das Licht. Wow. Was für eine Einstiegsbotschaft. Maramei, wenn du mehr Unterstützung brauchst, gerne schreib mich an oder buche einen Termin. Ich unterstütze dich gerne. Ich danke für dein Dabeisein. Ich freue mich über Daumen hoch, über das Teilen. Und freue mich natürlich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und das lassen wir jetzt hier auch noch schön wirken für dich. Und wunderbar. Schieben wir das mal ein bisschen da rüber oder da hoch. So, dass wir Platz haben für die zweite Botschaft. Und hier haben wir die wunderbare Drachenkugel. Die Monoatom-Andara-Drachenkugel mit auch diesem Lichtelfen-Angel-Aura-Kugel. Und ja, dieser silberfarbene Drache oder ja, es ist ja mehr diese Wirt-Schlange, diese Drachenschlange als Beschützer, als Glücksbringer. Ja, ganz wunderbar. Und natürlich eben die Verbindung zu den Drachen, zu den Lichtdrachen, zu den Lichtelfen-Drachen. Und ja, die Elemente, Schutz, Glück, Kraft, Stärke, ja, aber auch natürlich helfen sie uns zu reinigen, zu klären. Ja, also die Drachenenergie ist wunderbar, auch um Energiefelder zu klären. Wir schauen mal rein, was deine Botschaft dir hier sagen möchte. Und ich sage es noch, ja, auch Wohlstand, Glück, Fülle. Und hier kommt die Fülle-Karte, die Nummer 9, ja, materielle Fülle, ja, Erfolg, Ernte, Harvest, ja. Also für dich hier auch, du hast eine wunderbare Woche, wo du jetzt wirklich auch zelebrieren darfst. Es kommt hier mit der 9, es ist eine Vollendung, ein Abschluss, ja, ganz wunderbar. Ja, genau, auch natürlich das Thema Dankbarkeit für das, was du schon hast, was du erreicht hast, was da ist, aber was auch noch weiter kommen darf, ja. Also, mache diese Woche auch wirklich mal so ein Dankbarkeitsritual, spüre mal rein, du kannst auch mal gut so ein bisschen Bilanz ziehen. Was habe ich bisher jetzt schon umgesetzt, oder was sind schon für positive Dinge geschehen und, ja, auch auf der materiellen Ebene, aber auch deine Gaben, ja. Hier geht es natürlich auch um deine Gaben, mit denen du gesegnet bist, ja, also alles, was dich auch nährt, ja, analog hier, Lebensmittel, Geld, ja. Es sind natürlich auch unsere Talente, unsere Gaben, die wir teilen können, die wir vermehren, ja, wir sollen ja auch etwas mit unseren Talenten und Gaben tun, um sie zu vermehren. Und dann auch ein Wohlstand, ein innerer Reichtum, ja, innen wie außen wieder, ja. Also, wunderbar, vielleicht bekommst du auch in dieser Woche irgendwie eine spezielle Vergütung oder einen Bonus ausbezahlt oder vielleicht auch, ja, etwas, eine Arbeit zahlt sich hier aus, ja. Also, das ist auch so die Karte von, wow, man hat wirklich rangeklotzt, man hat jetzt viel getan und jetzt, wow, kommt auch die Ernte da dafür, in Form von einer Auszahlung oder, ja, ein bisschen eine Erhöhung, Gehaltserhöhung oder eben, wenn ich selbstständig bin, einen guten Geschäftsabschluss, ja, oder mein Produkt, das ich jetzt endlich auf den Weg gebracht habe, was vielleicht auch ein bisschen mühsam war, anstrengend, jetzt kommt der Erfolg rein, jetzt kommt da was in Bewegung, ja. Und wir haben hier Sakralchakra, das passt perfekt, es ist auch hier verkehrt rum, was heißt, es ist so ein bisschen in der Blockade oder dir noch nicht bewusst. Und das zweite Chakra ist ja unser, nicht nur unser Kreativitäts- und Sexualchakra, also auch wo die ganze Energie fließt, unsere Lebenskraft, sondern es ist auch das Geldchakra, das ist das, alles was mit der Materie zu tun hat, mit den Werten, ja, also auch was bin ich mir wert, habe ich ein gutes Selbstwertgefühl, bin ich in meiner Kraft, in meiner Kreativität, ja, was nährt mich, auch hier diese Nahrung, Thema Nahrung, ja, also nicht nur physisch, sondern eben auch ideell, emotional, geistig, ja, und da dürfen wir jetzt auch nochmal ein bisschen dran, weil das zweite Chakra ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass ich auch empfangen kann, ja, dass ich auch dann eben den Lohn meiner Bemühungen bekommen kann, ja, wenn wir uns hier blockiert fühlen oder nicht gut genug, dann geben wir meistens zu viel her, ja, also wir geben mehr, als dass wir annehmen können, ja, und das dürfen wir hier noch ein bisschen ausgleichen, balancieren und wir schauen noch die Avalon-Botschaft, aber du bekommst den lichtvollen Schutz, wow, guck mal, hier sind alle, ach ist das so schön, guck mal, den lichtvollen Schutz, die Energie des Schutzes berührt dein Sein, wir haben den weißen Hirsch, das höchste Krafttier, was auch mit der Christus-Energie, Führungsschutz, wir haben die Einhörner, die Elfen, die Lichtwesen, ja, Elfen, Feen, das ist so schön, tauch mal da ein, guck mal, du bist so beschützt, behütet, wir haben sozusagen die Elemente auch dann hier auch, ja, es stehen auch für diese, die Elemente, die fünf Richtungen, wow, ist das wunderbar, ist das zauberhaft und eben die Drachenkugel, was ja noch mal für diese Fülle und Schutz und Glück steht, jetzt gucken wir noch mal in die Runen und dann aktiviere ich dich noch, hier aus einem zauberhaften Runenbeutelchen, du auch mit den Runen, mit den Lichtrunen erwerben kannst noch bei mir, die sind auch immer speziell geweiht, Huch, jetzt ist mal eine rausgesprungen, die möchte es sein, guck mal, Ingus, ja, das ist auch noch nicht sichtbar, also Ing oder Ingus, Ingwas, ja, die Runen werden in verschiedenen Teilen anders ausgesprochen oder geschrieben, aber es ist immer die gleiche Bedeutung, also der Gott Ing oder Ingwas ist das Neue, der Neubeginn, auch, es ist noch so auch ein bisschen wie die kosmische Gebärmutter, also auch das, was jetzt am Entstehen ist, ist auch geschützt, es ist auch die Rune des Schutzes, ja, alles, was jetzt erreicht wurde oder was jetzt weiter am Neu entstehen ist, ja, ein Projekt, eine Idee, etwas, dann ist es noch geschützt, ja, also der Same ist gelegt oder vielmehr, du kannst den Samen jetzt legen für weitere Neubeginne und wir haben die Isarune dabei, das heißt, bleibt dir auch selber treu, das ist auch ein starker Schutz, ja, in diesem Falle heißt es wirklich, dass es auch so ein bisschen langsam, aber stetig, ja, langsam, aber stetig, hier geht es jetzt nicht um schnelle Gewinne oder schnellen Reichtum oder schnelle, ja, Erfüllung, sondern es ist auch schon ein bisschen Arbeit, natürlich, wir müssen auch immer erstmal was tun oder den Samen sehen und die Idee dann ausreifen lassen, dran feilen, sie umsetzen langsam, zu schauen, den Plan machen, umsetzen und das deutet es auch an, das heißt, du bist jetzt unter einem großen Schutz und bleib dir selber treu, bleib deiner Kraft treu, hier nochmal die Schutzkarte, wie gesagt, dass du wirklich jetzt hier in deiner Kreativität, in deiner Fülle bleibst oder weiter hineinkommst, hineingehst und eben mit dieser Runenkombination unterstützt bist, das alles ist in einem sicheren, geschützten Rahmen, wo die Dinge sich, wo das auch langsam reifen kann, die Isarune ist ja auch so ein bisschen die Rune der Langsamkeit, aber das ist ja auch gut, weil alles, was dann auch richtig ein gutes, festes Fundament hat, dann hat es Stabilität, dann hat es langfristige Perspektive, ja, also hier geht es jetzt wirklich um langfristigen Erfolg, um langfristige Planung, Neubeginne, Schaffenskraft, Kreativität, Fülle, ja, ganz, ganz, ganz wunderbar, aber wichtig ist, dass du dir wirklich selber treu bleibst, das ist auch der Schutz von Isar, dass wir nicht so sehr abgelenkt werden, ja, oder meinen müssen, jetzt schnell, schnell machen zu müssen, nein, lass die Dinge auch reifen, Ingus oder Ingwas sagt auch, lass es in diesem kosmischen Ei auch reifen, gib da alles hinein, aber es darf dann langsam wachsen, weil manchmal, hm, können wir noch ein bisschen was optimieren optimieren oder verändern an der Idee, an dem Projekt, Produkt, was auch immer, damit sie dann richtig gut umsetzbar ist, ja, also das ist jetzt so wie der Concord auch, ja, aber, also es ist wirklich beides, du hast jetzt für das bisherige den Erfolg, die Belohnung, was jetzt kommt, die Stabilität und eben weiteres jetzt für alles, was du jetzt Neues wieder kreierst oder beginnst oder weitermachst, ja, und das aktivieren wir jetzt vor allem auch, dein zweites Chakra, ja, ich nehme an, ich öffne mich jetzt der Kraft meiner Kreativität, meiner Schaffenskraft, ich komme in Balance von Geben und Nehmen, von Empfangen und Weitergeben, Teilen, ich bin unter dem lichtvollen Schutz der Lichtwesen, der Lichtkrafttiere, ich nehme meinen Lohn, meine Erfüllung, meine Bestimmung jetzt auch an, ich empfange reichlich, ich empfange reichlich, ich atme das Licht, das zweite Chakra, ich lasse meine gottgegebenen Talente und Gaben kreativ nun fließen, mein ganzes System durchfluten, für all die Fülle, den Reichtum, die Ideen, die Kraft der Kreation, der Kreativität, Gott gegeben, ich bin wahrlich gesegnet und beschützt, atme tief ein und aus und spüre, wie diese Wärme, dieses Prickeln durch dein zweites Chakra fließt, wie die Einhörner, der weiße Hirsch und die Elfen und Lichtfeen und die Lichtelfen dich berühren, dich umgeben und beschützen, alles was dir lieb ist, ich bin es wert, das Beste zu empfangen um das Beste zu geben, ich bin göttlich beschützt und geliebt, Maramei, sei gesegnet, wow, was für eine tolle Botschaft und wie gesagt, gerne unterstütze ich dich auch persönlich, wenn du das Bedürfnis hast, in diesem Sinne, Maramei, ich freue mich über Daumen hoch, über das Video teilen und freue mich vor allem, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und diese Energien dürfen natürlich mit der Drachenkugel jetzt noch für dich hier ein bisschen wirken und wir schauen schon in die letzte Botschaft hinein, schwuppdiwupp, hier kommt sie, der große Lichtelfenpendel, ja, der ist natürlich sehr stark, auch in der Kraft und auch wunderschön, wenn man ihn trägt, ja, mit diesen silberfarbenen Fassungen, mit den Ornamenten und wie gesagt, du kannst ihn auch an einer Schnur, an einem Bändelchen, auch als Pendel benutzen, mit den Lichtelfen zu kommunizieren, Raumreinigung zu machen oder auch was einschwingen, deine Schwingung erhöhen, Lichtarbeit machen, ja, und eben ist es wunderschön, ihn zu tragen, ja, und sie sind ja alle noch eingeschwungen mit diesen speziellen Lichtfrequenzen und eben verbunden mit den Lichtelfen, diesen hohen Lichtwesen, die jetzt immer mehr wieder kommen zu uns und, ja, das ist so die Priesterinnen-Energie, Manifestation, Kraft, Schöpfungskraft, ja, sehr viel Licht, also, hier habe ich eine sehr starke Kraft auch für dich hier in dieser Woche, ja, mit dem Lichtelfen-Andara-Anhänger, also, bei dir geht es in dieser Woche wirklich viel in deine Kraft zu kommen, wieder in deine Authentizität und in deine Entscheidungskraft, ja, ich bin mal gespannt, wir schauen mal rein in die Botschaft, aha, und hier haben wir auch schon die Entscheidungen, wähle Weise, du hast wohl, wir haben die magische Sieben, vielleicht ist im Moment ziemlich viel bei dir, vielleicht an Möglichkeiten, Ideen oder auch tatsächlich, was vom Außen auf dich einströmt oder wo du einfach auch ein bisschen jetzt verunsichert bist, deswegen sage ich ja, der Lichtelfen-Priesterinnen-Anhänger, Pendel-Anhänger, der gibt jetzt wirklich eine grad, eine ganz geradlinige Kraft, eine sehr starke Kraft und eine Klarheit, also ich merke auch genau, ich habe es vorhin gehabt, Thema Entscheidungen, ja, also wie so auch ein Führungspendel, ja, wo dir jetzt auch ganz klar die Stabilität gibt, die Unterweisung gibt, wo dich sicher fühlen lässt, welche Richtung oder welche Möglichkeit, welche Option du jetzt da wählst oder annimmst oder für dich entscheidest, ja, denn, wow, Transformation, aha, und das, die ist auf dem Kopf stehen, das heißt, das ist ja noch ein bisschen im Schatten oder in der Blockade, du bist also oder warst jetzt ganz stark in einem Transformationsprozess, in einem Veränderungsprozess, die 13, das ist ja klassisch eben der Tod im Tarot, aber eben die Transformation, ja, das heißt, jetzt ist es an der Zeit oder jetzt kommen die Möglichkeiten, das Alte hat einen Abschluss gefunden, also hier ging es auch wirklich um etwas, eine Situation oder Bedingungen oder Beziehungen, wie auch immer, Entwicklungen, wo jetzt einfach sich überlebt haben, überholt haben, ja, also nicht mehr jetzt für dich weiteres Wachstumspotenzial bergen, ja, also es ist jetzt auch wichtig, genau, Altes abzuschließen und auch wirklich dann sein zu lassen, also nicht immer wieder in der Suppe herumrühren, aber dich jetzt auch nicht überwältigt fühlen, genau, auch vielleicht verwirrt, unsicher, oh Gott, ja, was mache ich denn jetzt, ja, welche Richtung wähle ich denn jetzt, oder welche Entscheidung, oder welche Möglichkeit nehme ich da jetzt an, also für mich zeigt sich jetzt hier mehr diese Unsicherheit, dass du nicht weißt, was du jetzt tun sollst, oder welche Richtung du jetzt einschlagen sollst, ja, ähm, letztendlich auch hier, wir haben ja immer, es liegt immer an uns selbst, was wir entscheiden, welche Richtung wir gehen, und es ist nichts in Stein gemeißelt, wenn wir merken, morgen oder übermorgen, ach nee, das war es jetzt nicht, oder dann kann man jederzeit die Entscheidung, du hast es in der Hand, revidieren, ich kann mich auch wieder umentscheiden, ich kann auch wieder sagen, nee, doch nicht, ja, ich muss gucken, nein, das ist nicht passend, nicht stimmig, ja, dann gucke ich nach anderen Lösungen oder Möglichkeiten, also wir sind nicht mehr festgetackert, wir dürfen, ähm, flexibel wandelbar sein, ja, wichtig ist für dich nur, dass du jetzt überhaupt mal wieder in eine Stabilität kommst, und dass du in eine Sicherheit kommst, und das habe ich ganz stark gespürt, hier mit dem Pendelanhänger, mit dem Lichtelfenanhänger, dass du hier jetzt eine ganz klare Führung brauchst, ja, eine Führung, eine, ja, eine Hilfestellung, eine Kraft, wo dich auch wieder mit einer Intuition, mit einem höheren Selbst verbindet, ja, dass du wieder auch in deine Sicherheit kommst, ja, dass du dich jetzt eben nicht aus der Panik oder aus der Eile heraus zu schnell eine Entscheidung jetzt triffst, also das heißt ja auch nichts überstürzen, du kannst weise wählen, wähle mit Bedacht, wähle mit Ruhe, ja, nicht zu schnell, es läuft dir jetzt noch nichts davon, ja, das ist ja, diese Transformation heißt ja, das ist ja ein Prozess, ja, und es geht immer weiter, auch nach allen Verlusten oder Abschlüssen oder Veränderungen geht es wieder weiter, auch wenn wir es dann in dem tiefsten Punkt gar nicht mehr sehen und dann auch mal schnell in die Unsicherheit oder in die Angst fallen, denken, oh Gott, oh Gott, ja, wie geht denn das jetzt weiter oder was soll ich denn jetzt tun und dann nimmt der Verstand das Ego überhand und dann ist es passiert, weil dann treffen wir Entschlüsse oder Entscheidungen, die dann nicht unbedingt gut sind, also nicht dem höchsten Guten entsprechen, ja, anstatt zu sagen, okay, durchatmen, ja, ich verbinde mich jetzt wieder, ich horche in mich rein, ich gucke mir verschiedene Möglichkeiten an, ich schreibe sie mir vielleicht auch mal auf, ich mache mir erst mal so Pläne, ich gehe mal so ein bisschen, ja, spielerisch da dran, ja, ich muss jetzt mich nicht entscheiden, ich muss jetzt noch nichts festlegen, ja, ich kann mir jetzt erst mal mich vorantasten, ja, also auch mal so ein bisschen schrittweise, erst mal wieder in meine Klarheit, in meine innere Sicherheit kommen, ja, was ich denn dann jetzt wirklich will, weil, schau mal, die Avalonkarten sagen dir, dass es da noch einen Schatz zu Bergen gibt, der Reichtum des Universums, ist unermesslich, und guck mal hier, die zwei Meerjungfrauenengel bewahren hier wirklich in einem unterirdischen oder Wassertempel die Schätze, der Kelch, der Kral, der Stab, das Schwert, hier haben wir ein Spiegel, ein Ei, wie auch immer, ein Symbol, also es geht jetzt nämlich darum, das war ja nicht umsonst der Transformationsprozess, bitte, dass du jetzt auch wirklich deine Schätze, wirklich deine wahren Schätze, deine wahren Gaben liebst, ja, oder entdeckst, deswegen geht es hier, sei jetzt weise, sei mit Bedacht, ja, nicht zu überstürzen, schau erst mal rein, verbinde dich mal wieder mit deinen Geistführern, mit den Engeln, mit den Lichtwelten, mit deinem höheren Selbst, ja, guck mal da noch, was da in dir schlummert, was da vielleicht mit einer ganz leisen, zarten Stimme zu dir spricht, denk dran, unsere Intuition ist leise und die wahren Antworten in uns, die kommen nur ganz zart oder, wie soll ich sagen, ja, so unscheinbar, ja, die sind nicht laut oder übertönend und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer auf diesen ersten Impuls, auf diese erste Intuition, dieses Gespür achten, diese leise Stimme, in uns, ja, und dann schau mal, was es da noch für Schätze gibt, wir schauen mal in den magischen Lichtelfen, Runenbeutel, was für dich noch da kommen mag, was es denn da gibt, die Schätze, ah, und hier haben wir Ewas, wunderbar, beides, Ewas und Ewas, ja, das ist die Rune des Pferdes, das M, Bewegung, Verbindungen, Reisen, das können natürlich jetzt auch innere Reisen sein, ne, und Ewas, die Rune des Schutzes, Ewas ist die Rune der Einweihung, das ist eine ganz magische Kombination, Ewas steht einerseits für die Eibe, Abwehr, also eine starke, starke Schutzruhne, die eben alles negative oder negative Beeinflussungen jetzt von dir fernhält, wenn du sie anrufst, wenn du dich verbindest mit dieser Schutzruhne, und Ewas, die Rune der Bewegung, es ist auch die Rune der Begegnungen, ja, der neuen Begegnungen, des Miteinanders, es ist so der erste Moment, also wenn wir unterwegs sind, oder, ja, jetzt sie uns fortbewegen, hier geht es jetzt auch um Weiterbewegung, ja, innere Reisen, äußere Reisen, Neues zu entdecken, auszukundschaften, auszuprobieren, ja, auch wieder Lebendigkeit, ja, und du bist dabei aber auch geschützt, ja, das heißt, du kannst jetzt ganz entspannt, wirklich auf deine Schatzsuche gehen, auf deine innere oder auch äußere Reise gehen, ja, wo es dich hinführt, wo du jetzt, ja, deinen Weg weiter findest, ja, welche Richtung für dich jetzt bestimmt ist, das findest du raus, und wie gesagt, Ewas, die Bewegungs- und Begegnungsruhne, unterstützt dich dabei, wenn du vertraust, und dich leiden lässt, mit den richtigen Menschen, am richtigen Ort, zusammenzufinden, und das sind jetzt auch Menschen und Dinge, die du noch gar nicht kennst, ja, also hier geht es wirklich um Neues, um Begegnungen, Verbindungen, Knüpfen, was dann daraus entsteht, ist jetzt erstmal unrelevant, hier geht es jetzt erstmal um den ersten Begegnungen, Bewegungsimpuls, Bewegungsimpuls auch, ja, dich auch zu bewegen, ja, und mit, ähm, Eivas, wie gesagt, das ist die magische Rune des Schutzes und der Einweihung, ja, also du kannst damit auch tiefe Einweihungen, das ist ja die Kommunikation mit den Ebenen, Kommunikation mit der geistigen Welt, Kommunikation mit oben und unten, ja, mit den verschiedenen Dimensionsebenen, ja, und Welten, ja, ähm, herzustellen, ja, also das ist eine ganz vielfältige und sehr magische Rune, und das finde ich wunderbar, weil das passt so stark hier, ähm, dass du jetzt wirklich deine, deinen inneren Schatz jetzt bergen kannst, ja, was da noch in dir schlummert, und die geistige Welt, dein höheres Selbst unterstützt dich ja dabei, ja, die Transformations, äh, Reise oder dieser Transformationsprozess war ja nicht, einfach so, ja, und auch nicht umsonst, ja, und jetzt geht es weiter, dass du entdecken darfst, genau, jetzt kommt auch so ein bisschen Aufbruch, vielleicht verspürst du auch einen inneren Drang im Moment oder in der nächsten Zeit, irgendwo hinzugehen, hinzufahren, oder, kann ja auch beruflich sein, ich bewerbe mich dann irgendwo, oder, ich beginne eine Selbstständigkeit, oder, eine spirituelle Reise, oder einen spirituellen Weg, oder, ich beschäftige mich mit etwas Neuem, ja, also etwas, wo dich tiefer zu dir selber bringt, tiefer zu deinem wahren Wesenskern, zu deiner Seelenaufgabe, und, äh, zu deinen Gaben, wow, und das aktivieren wir jetzt noch, und gerne natürlich unterstütze ich dich auch persönlich, wenn du das möchtest, atme tief ein und aus, wir aktivieren jetzt das Schutzschild, die Kraft von Ivers, der Einweihung, und Evers Begegnungen, Bewegungen, All meine Gaben liegen in mir, ich darf sie jetzt entdecken, der Reichtum des Universums, ist unermesslich, und auch für mich da, ich lasse mich weise führen, von meinen Geistführern, Engeln, von der geistigen Welt, für neue Begegnungen, für neue Begegnungen, für neue Orte, und Situationen, ich bin im Schutze hier, ich vertraue meiner Führung, meiner Intuition, all meine Schätze jetzt zu bergen, zu öffnen, was wirklich noch tief in mir schlummert, und ich bin bereit jetzt, ich bin entspannt, bei allen Entscheidungen und Dingen, ich wähle weise und mit Bedacht, ich begebe mich jetzt, auf eine neue Abenteuerreise, zu meinen Schätzen, ich bin göttliche Kraft, göttliche Klarheit und Wahrheit, begleitet mich, und unterstützt mich jetzt, wow, atme tief ein und aus, wow, wunderbar, Maramei, ich danke dir, sei gesegnet, ich lasse es auch noch wirken, für dich hier, ich freue mich über Daumen hoch, über das Video teilen, und natürlich auch, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, in diesem Sinne, eine wundervolle Lichtwoche, bis zum nächsten Mal, Tschüss und bis bald.